Herzlich Willkommen zu Top 10. Heute die 10 krassesten Produktflops. Los geht's mit Nummer 10. Olestra. Ein glatter Flop. Das ist ein kalorienarmes, cholesterinfreies Speiseöl, das 1998 bei der Herstellung von Kartoffelchips verwendet wurde. Leider gab es Nebenwirkungen wie Magenkrämpfedurchfall bis hin zur Stuhlinkontinenz. Da macht man sich einfach in die Hose. Nummer 9. Joghurt-Shampoo. Schon 1979 wurde dieses Shampoo von der amerikanischen Firma Clairol auf den Markt gebracht mit dem Namen Touch of Joghurt. Doch leider haben einige dumme Amis das Joghurt-Shampoo gegessen und sind davon krank geworden. Also verschwand das Produkt schon bald wieder aus den Regalen. Nummer 8. Premier-Zigaretten. Diese rauchfreie und damit gesündere Zigarette wurde 1988 auf den US-amerikanischen Markt gebracht. Die Entwicklung soll mehr als eine Milliarde Dollar gekostet haben. Offensichtlich hat sie wohl nach verbranntem Müll geschmeckt und so hat sie sich nicht gut verkauft. Nach einem Jahr wurde sie vom Markt genommen. Und die Nummer 7. Apple Maps. Mit der eigenen Karten-App von Apple gab es zum Release 2012 einige Probleme. Zum Beispiel fehlte einfach Shakespeare's Geburtsort und die Hauptstadt der Ukraine wurde falsch buchstabiert. Nach der Veröffentlichung empfahl der Apple CEO, also der Nachfolger von ihm hier, andere Kartenanbieter zu benutzen. Nummer 6. Der McDonald's Arch Deluxe. Der Burger wurde 1996 in den USA eingeführt mit einer 100-Millionen-Dollar-Kampagne, aber irgendwie kam er nicht so gut an. Anscheinend war er mit 2,49 Dollar zu teuer, angeblich auch zu viel Natrium und Fett. Zu viel Fett in den USA, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Nummer 5. New Coke. Coca-Cola hat tatsächlich 1985 in den USA sein Rezept verändert. Obwohl das Ganze zuvor ausgiebig getestet wurde, gab es 400.000 Beschwerden bei der Markteinführung. So ging es nach 79 Tagen zurück zum alten Rezept. Ich schätze mal, sie werden das Rezept so schnell nicht wieder ändern. Nummer 4. Sellerie Jell-O. Jell-O ist so eine amerikanische Gelatine-Marke für Nachtische, wie zum Beispiel Wackelpudding. Man kennt ja Sorten wie Waldmeister oder Kirsche, doch die Firma hat in den 60ern eine Sorte mit Gemüsegeschmack rausgebracht. Es wurde so entwickelt, dass man es anstelle von echtem Gemüse benutzen kann, leider ohne Erfolg. Nummer 3. Big-Unterwäsche. Der bekannte Hersteller von Feuerzeugen und Kugelschreibern hat sich gedacht, warum nicht auch gleich Unterwäsche anbieten. Und man entwickelte das Konzept einer Einweg-Unterwäsche. Leider wollte die niemand tragen und so verschwand die Unterwäsche langsam. Ja, die zieht sich ja auch langsam aus. Nummer 2. Rasendarts. 1980 kam ein Spiel auf den Markt, wo man gigantische Dartpfeile in den Boden werfen musste. Es wurde dann 88 in den USA vom Markt genommen, nachdem drei Menschen von den Dartpfeilen getötet wurden. Also bitte, wenn jemand wirft, muss man doch aus der Schusslinie gehen. Und die Nummer 1. Ein Kokain-Energy-Drink mit 350 Prozent mehr Koffien als Red Bull und 750 Milligramm Taurin. Wirkt der aufputschend wie Kokain. In Amerika wurde der Drink von der Lebensmittelbehörde als Alternative zu Drogen angesehen und aus den Regalen genommen. Aber das können die doch nicht machen. Das ist doch mein Lieblingsgetränk. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Links gibt's den letzten Top-10-Clip und du solltest unbedingt bei Achtung Promis vorbeischauen und abonnieren. Denn da gibt's auch interessante Top-Listen mit mir. Danke und auf Wiedersehen. Das Abo ist natürlich auch ein paar Mal. Danke und auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.